Es wurde einfach ein bisschen viel Pro-Kampagne gemacht. Das hat mich gestört. Dass die Gesamtregierung eigentlich dafür war für das Projekt. Wir haben schon gefunden, es sind sehr viel Druck ausgebildet. Einfach in den Medien, überall sind es präsent gewesen. Ja, das war mir sehr zuweiter. Wir haben vor vier Jahren Nein gesagt und ich finde, es ist eine Zwängerei. Dass man das schon wieder dem Volk auferlegt hat. Und ja, sie werden schon mehr unter die Lippe genommen, würde ich sagen. Ich war eigentlich dafür gewesen, egal was jetzt die Regierung gesagt hat. Ja, ich verstehe, es sind wirtschaftliche Interessen dahinter. Und ich habe ja die Möglichkeit, in einem demokratischen Land meine Meinung einzubringen. Ich bin sehr achtsam und schaue, was da weiter entschieden wird. Das ist schon klar.